Geht's ja gut. Ich bin's, Tanner. Das wird den Chef überraschen. Er ist nämlich längst zu Hause heute Morgen aus Venedig gekommen. Kann ich bitte mal mit dem Mann sprechen, der behauptet, Ralf Tanner zu sein? Das sind Sie. Komm raus! Das ist der Preis des Ruhms. Ich bin Ralf Tanner. Ich bin Ralf Tanner.